Ja Leute, da bin ich wieder. Wir machen jetzt hier weiter. Ich sollte mal lieber speichern. Ich mach mal das hier. Ja, wir waren jetzt hier im Griff. Im letzten Part hatten wir uns auf dem Boden in... Ich hab jetzt den Namen vergessen. Auf jeden Fall haben wir uns da verteidigt. Äh, hat gut geklappt. Das Feind hat ATT-Es und Klonsoldaten verloren. Hat sich von da aus dann auch zurückgezogen. Wir brauchen unbedingt neue Truppen. Das ist unbedingt auch mal richtige Schlachtschiffe. So. Ich muss mal Bastroiden abwerfen. So. Vielleicht viele. Äh, ich möchte mal bitte dich haben. So. Ah. Noch eins bekommen, das ist gut. Direkt mal auf maximales Feuer. Ja, müssen wir uns halt gerade verteidigen so lange. Ich hoffe, wir schaffen das. Das sieht nicht so toll aus. Ähm, aber die machen jetzt auch nicht so viel Schaden, die ATT-MATIK-Kreuzern. Wir brauchen mal das hier, das ist wichtiger. So, wir bekommen wahrscheinlich auch dann neue Schiffe später. Das sieht nicht ganz so übel aus. Die ATT-MATIK-Kreuzer sind jetzt nicht so stark. So, Raumstation hält noch. Haut ordentlich rein. So, wir haben weiteren ATT-MATIK-Kreuzer. So, wir haben die Gegner verloren. Ja, wir verlinken gleich den, aber wir bekommen den hoffentlich gleich wieder neu. Und halt immer auf die Raumstation achten. Ein paar Bastroiden abwerfen. So, und vielleicht mal hier die ganzen kleinen Schiffe angreifen. Die haben scheiß Raketen. So, den lasse ich mal hier, weil er gerade nicht so schlecht steht. Äh, sieht doch nicht so toll aus. Aber wir bekommen Verstärkung, das ist gut. Wieder so ein Schiff. So, und dann wieder verbessert ein Laser. Gut. Und wir bekommen, was bekommen wir denn? Noch ein, das ist gut. So, mal weiterhin zu reparieren. Und weiterhin drauf zu hauen, dass wir die Feinde hier vernichten. Der Feind macht aber echt nicht schlechten Schaden. Der Schild ist schon da und das ist nicht so toll. Ah, ja, der Schild ist jetzt down. Das heißt, wir können uns direkt attackieren. Aber es sieht nicht ganz so übel geradeaus. Mal fleißig weiterschießen. Hab doch schon den Bastroiden abgeworfen. Wir haben einfach zu wenig Jäger. Okay. Ah, ich hab noch keinen Sturm wieder. Aber wir bekommen wieder was Neues. Was bekommen wir jetzt? Naja, naja, wenigstens etwas, würde ich jetzt mal sagen. Scheiße, zerstören den Hangar. Das ist nicht gut. Wofür. Hm. Da sind auch echt viele von diesen Scheiß-Atlimatik-Kreuzern. So, du hast gleich wieder Sturm, ne? Mal fleißig weiterschießen. Nicht aufhören. Machen wir mal Sturm wieder. Jetzt haben wir unseren Hangar verloren. Das ist natürlich scheiße. Ja. Bitte sagen, dass man da angreift. Und weiterhin reparieren. Ja, Sir. Ja. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich hoffe, wir bekommen jetzt gleich mal wieder ein neues Schiff. Brauchen nämlich auch mal Schiffe. Oh, wir haben wieder Schild. Das ist natürlich auch richtig nice. Na, bekommen wir jetzt mal wieder was? Oder nicht? Na, komm, gib mal was. Ja, irgendwie hat er ja keinen Bock, uns mal neue Schiffe zu geben. Bisschen, weil mit der Raumschöpfel möglichst viele Verluste noch machen. Junge, jetzt gib mir doch mal ein bisschen, äh, neue Schiffe. Oder mit was soll ich hier dann kämpfen? Ah, ich hör was. Wunderbar. Jetzt bekommen wir, jetzt bekommen wir so einen Scheiß nur. Das ist eigentlich nicht super auf so einen, ähm, Techno-Union-Fregatte gefreut. Ja. Schau mal, diese ganzen Raketendinger hier. Möglichst viele Verluste machen. Na, komm, jetzt gib mir doch mal eine Techno-Union-Fregatte. Komm, krieg ich jetzt eine Techno-Union-Fregatte? Toll, wieder so einen Müll. Ja, auf lange Sicht halten wir das nicht aus, wenn wir jetzt nicht mal, äh, Verstärkung bekommen. Oh, nein, endlich mal Techno-Union-Fregatte. Mal Zeit, ey. So, möglichst die ganzen Schilder da und schießen. Das sieht ja nicht mehr so schlimm aus. Ah, das sieht noch schlimm aus. Jo. Da gäbe ich mir noch einen Techno-Union-Fregatte kriegen würden. Aber die haut jetzt mal ordentlich hier weg. Bloß alle Schiffe hier weg. Und sofort weiter reparieren. Immer weiter reparieren. Ah. Ja, und schieß mal den hier kaputt, dann ist der wie dieses auch weg. Zack, der ist weg. Weiter da unten hinschießen. So, vielleicht gebe ich nämlich nicht auf. Komm, ich würde mich noch über eine Techno-Union-Fregatte sehr freuen. Das war ja überhaupt eine Schlacht, ey. Unbedingt reparieren, damit wir weiter in die Raumschutzung gut mit draufschießen können. Na komm, weg mit den Athematik-Kreuzern. Komm, jetzt noch den Antrieb weg und dann das nächste Ziel. Denn kommt ein neuer. Reparieren. Immer fleißig reparieren. Gut. Ich würde mal sagen, äh, hallo. Einmal auf das Schießen. Du hast wieder... Du hast wieder... Junge, mich regt das auf, man. Jetzt schieß auf den scheiß Athematik-Kreuzer. Bloß weg mit dem. Und wir haben wieder Geld bekommen, das ist gut. Immer fleißig reparieren. Ja, ja, ich mach doch was dagegen. Siehst du das nicht? Ich penne doch gar nicht. Also was ist dein Problem? Gut. Schieß mal. Obwohl, du kannst jetzt mal versuchen, das hier abzuschießen. Ach, Gnasiuk-Kreuzer. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich würde mich noch über eine Techno-Union für den Gatze sehr freuen. Aber gibt es anscheinend nicht, oder? Du bist zumindest nicht so schnell. Ah, jetzt hat er so viele von diesen scheiß kleinen Jägern hier. Das ist halt kein Problem, aber mich nerven halt... Ja, mich nerven diese Jäger hier. So, da kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Mal fleißig reparieren. So, bekommen wir jetzt mal was Neues. Also anscheinend, da ist noch ein Akklimatik-Kreuzer. So, der ist direkt vernichtet worden. Jetzt hat er noch so viele von diesen kleinen scheiß Jägern. Ah, da haben wir noch einen alten Akklimatik-Kreuzer. Mit einem Verteidigungskanone. Wie jetzt eh hin ist. Zack. Es kommen noch kleine Jäger an. Wahrscheinlich hat er da oben noch einen 2-3 Akklimatik-Kreuzer. Ja, da hinten müssen wir mal reparieren. Yo, und wir haben's geschafft, er zieht sich zurück. Puh, heftig, haben es doch geschafft. Leider kein Geld mehr. Obwohl, wir können die Flotte da runterziehen. Da der Feind hier nicht angreifen können sollte. Ich will sehen, wir haben drei von den NATO-Kreuzern noch zu sitzen. Wir haben selber keine dicken Schiffe, da sterben wir nicht. Ja, da kommen so runter, toll. So viele scheiß Fahrzeugekopfelgeschütze, da. Ach, Mann. Ich will die Planeten nicht alle verlieren. Ich brauche Geld. Meistens stört mich, dass die Karten so weit auseinander sind. Artillerie. Oh, was? Ah, wir haben eh kein Geld. Ja, könnte man... Einfach mal bauen, macht ein bisschen... Wow, toll, das hat er echt viel gebracht. Sogar nichts. Ich guck mal, was der Feind jetzt hier runtergeholt hat. Die möchte ich hier. Toll. Ich kann es noch pennen. Wookiee hat er auch hier dabei. Ich glaube, ich habe eine andere Idee. Wir setzen uns hier hin und werden vorsichtig versuchen, hier die Landezone einzunehmen. Roger, roger. Hier ist nichts. So, und ihr versucht das mal hier einzunehmen. Superkampf, du, die sollten das eigentlich wunderbar schaffen. Ich kann keinerlei Verstärkung mal holen. Ich werde da wahrscheinlich irgendwo noch die scheiß Artillerie-Geschütze oder so sitzen. Oh, warte, wir haben hier GAPs. Los in die Mitte. Lass den keinen... keinen Platz einnehmen. Fuck. Ich kriege doch nichts geschissen da oben, ne? Mann, Mann, Mann. So, hinter. Wir haben einen Bauplatz verroren. Richtig, die überhaupt tot? Nein, ihr seid zu schwach. Wir haben einen Bauplatz verloren. So, wir haben neue Superkampf-Truiden. Komm mal hierher. Hop, hop, dahin. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ich wollte hier noch ein paar Info-Trizen passen in der Mitte weiterhin auf. Ach, kommt hier weg. Ja, die immer nach hier oben. Und jetzt zerstört die Republik da. Gut, die Wukis machen die GAPs kaputt. So, ich hoffe, das war's jetzt mal langsam hier mit seinem Truppen. Na, stirb. Wunderbar. Da haben wir Infanterie-Erbwert-Turm. So, und jetzt? Möchtest du dich mal zurückziehen, oder? Na, da hat er noch Infanterissen. Und wir haben gesiegt, das ist gut. Ich sollte hier mehr GAPs bauen. Gut, und wenn ich jetzt mehr Geld habe, unbedingt die Verteidigung an allen Seiten verbessern. Oh, er ist abgezogen hier. Gut, wir haben Geld. Wir wollen hier unbedingt über Mindest in Stufe 3 haben. Minimal. Gut, da haben wir mehr als Stufe 3. Hier auch noch. So, hier oben können wir nicht mehr. So, eigentlich möchte ich eigentlich auch mal gerne was angreifen. Was haben wir denn hier eigentlich? Irgendwas Schwaches? Äh, wir haben hier was, ne? Ja, so Marv. Wir brauchen wieder Geld. Ich baue einfach mal eine Raumstation hin, sodass er den Boden nicht mehr so leicht angreifen kann. Und speichern. Ja, ohne halt die dicken Provienskreuzer kann ich das echt in die Tonne treten. Und hier unbedingt eine weitere Raumstützung kaufen. Auf Zollost. Na, komm. Na, los. Hopp. Peter, das soll noch was. Danke. Dann würde ich sagen, auf J bin unbedingt auch eine neue. Hier lohnt es sich jetzt nicht so. Salas ist schon wieder. Ach, komm, ey. Toll, wenn wir jetzt verlieren, muss ich da die Schiffe entschicken. Der hat doch echt. Scheiß Republik, geht mir auf den Nerven. Das ist dann, dass wir jetzt nur schwächere Raumstationen sind, die sind nicht mehr so stark. Toll. So, unsere ganzen Upgrades sind auch weg, die wir gekauft haben. Boah. So was liebe ich echt. Mann, 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 ey. So was muss ich echt stärker abgebaut werden. Aber, naja, ich würde sagen, wir machen das in dem nächsten Part. Ich speicher hier. Ja, wir machen das mal hier. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss.